Es ist soweit. God of War Ragnarök ist draußen. Nach vier Jahren Wartezeit geht die Reise von Kratos und Atreus jetzt endlich weiter. Und dieses Mal steht nicht weniger als das Schicksal der Welt auf dem Spiel. Was gibt's denn da eigentlich Geileres, als sich mit nem Haufen Chips auf die Couch zu flacken, die PS5 anzuschalten und einfach mal 12 Stunden am Stück in der Welt von Midgard zu versumpfen? Joa, nix eigentlich. Und trotzdem sah meine erste Amtshandlung so aus, ich bin erstmal ins Internet, um zu schauen, wie ich ingame eine Platin-Trophäe bekomme. Ja, stimmt, ich bin so ein wenig dem Sammelfieber verfallen. Schuld ist mein Report zum Thema Trophy-Hunting aus im April. Seit ich in die Community reinschnuppern durfte, hat mich die Faszination ebenfalls gepackt. Auch ich meistere jetzt regelmäßig kleinere Entwickler-Herausforderungen, um einen glänzenden Pokal auf meinem Profil zur Schau stellen zu können. In den letzten Monaten ist meine virtuelle Vitrine so um circa die Hälfte gewachsen. 13 neue Platin-Trophäen sind dazugekommen und in der Zukunft werden's wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr werden. Es ist schließlich extrem befriedigend, fürs Spielen belohnt zu werden. Ich freue mich jedes Mal über den kleinen Jingle und die Popup-Nachricht, wenn ich offenbar wieder irgendwas Tolles gemacht habe. Und es beruhigt, den Perfektionisten in mir zu wissen, dass ich ein Spiel zu 100% abgeschlossen habe. Also ja, ich hab durchaus Spaß am Trophäen sammeln, aber ich hab in letzter Zeit auch gemerkt, dass das die Art und Weise, wie ich Spiele spiele, durchaus beeinflusst hat. Und zwar nicht immer nur zum Guten. Früher war Zocken für mich eher so ein spontanes Ding. Man setzt sich halt mal hin und spielt locker unverbindlich drauf los. Da ging's primär darum, ne Geschichte zu erleben oder ein bisschen Spaß im Multiplayer zu haben. Das ist mittlerweile oft nicht mehr der Fall. Jetzt geht jeder Playthrough schon fast mit Planung einher. Als erstes werfe ich nen Blick auf die Trophäenliste. Was schon ein klein wenig dumm ist, weil einige davon ja nicht umsonst geheim sind. Man spoilert sich also schon mal schön das Ende, bevor man überhaupt angefangen hat. Und danach geht dann der Blick ins Internet, um in nem Guide zu schauen, welche Schwierigkeit wird. Muss es denn eigentlich sein? Und dann wird meist zwangsläufig die höchste gewählt. Zuletzt zum Beispiel im gerade erst erschienenen Call of Duty Modern Warfare 2. Das hab ich komplett auf Veteranen durchgespielt. Nicht, weil ich ein absoluter Shooter-Experte bin, den alles darunter maßlos unterfordert. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Sondern, weil es dafür eine extra Gold-Trophäe gibt. Hat das Spaß gemacht? Nee, nicht wirklich. Wenn mich Gegner auf drei Kilometer Entfernung in nem Busch hocken sehen und mit einem Schuss umbringen, dann sorgt das eher für Frust. Irgendwann schmeißt man sich nur noch willkürlich hinter Deckungen, um zu warten, dass der Bildschirm nicht mehr blutrot gefärbt ist. Mit dem heroischen Ein-Mann-Armee-Gefühl, dem typischen Run-and-Gun-Gameplay der Call of Duty-Reihe, hat das eher nix mehr zu tun. Noch schlimmer wird es aber bei Sammelgegenständen. Gerade bei linearen Singleplayer-Spielen, die keine gescheite Kapitelauswahl haben. Ich schaue dich an, Marvel's Guardians of the Galaxy. Aus Angst, irgendein relevantes Collectible zu verpassen, hangelt man sich irgendwann nur noch von Heldenkostüm zu Heldenkostüm. Anstatt sich auf das Spiel zu konzentrieren und einfach mal die Welt, die Atmosphäre oder die Dialoge zu genießen, ist man immer nur so halb bei der Sache. Das eine Auge schielt immer auf den zweiten Bildschirm mit dem Trophäenleitfaden. Und zu guter Letzt wirkt sich das Trophäensammeln auch auf meine Spieleauswahl aus. Ich habe etwa mit anderthalb Jahren Verspätung Astros Playroom aus meiner Bibliothek gekramt, weil das recht einfach zu platinieren war. Ich habe mir aber auch schon mal ein Spiel lieber für die Playstation gekauft, um es mit Trophäen spielen zu können, obwohl es auf dem PC oder der Xbox viel billiger gewesen wäre. Da wird es dann schon langsam ein klein wenig absurd. Zumal sich dabei ja auch immer die Frage stellt, welchen Mehrwert ziehe ich eigentlich aus meinem digitalen Fleißsternchen? Angeben kann ich mit meinen Internetpunkten nicht wirklich. Im Großteil meines Freundeskreises sind die Dinger komplett egal. Und bis ich über das tolle neue Playstation-Stars-Programm meine Trophäen gegen PSN-Guthaben eintauschen kann, da wird es wohl auch noch etwas dauern. In der Zwischenzeit sorgen sie aber zumindest mal für eine Sache. Dass ich mich intensiver mit den Titeln beschäftige, die ich spiele. Dass ich auch mal Dinge ausprobiere, auf die ich normalerweise nicht gekommen wäre. Eines meiner liebsten Beispiele ist hier bis heute Deus Ex Mankind Divided. Da gibt es eine Auszeichnung namens Pazifist, für die man die gesamte Story abschließen muss, ohne auch nur einen einzigen Menschen umzubringen. Da galt's dann entsprechend meine Spielweise ein wenig anzupassen. Schleichen statt Konfrontation, Betäubungspfeile statt tödlicher Munition. Das Erlebnis war plötzlich ein ganz anderes. In Arcane Studios Prey habe ich dann während meines Spieldurchlaufs komplett auf die Alienkräfte der Typhons verzichtet. Durch Death's Door habe ich mich nur mit einem Regenschirm bewaffnet geprügelt. Ganz allgemein gesprochen verbringe ich jetzt viel mehr Zeit mit meinen Spielen und lass mich auch mehr auf deren Inhalte ein. Mein aktueller Anspruch ist es immer, mindestens 50% aller Trophäen abgeschlossen zu haben. Das sorgt dafür, dass ich auch nach Ende der Story noch dranbleibe und mir neue Herausforderungen suche. Wenn ich weiß, dass es eine Auszeichnung dafür gibt, ein bestimmtes Ende in Detroit Become Human zu sehen, dann hänge ich eben nochmal einen weiteren Durchlauf dran. Und wenn ich erfahre, dass ich in Hitman 3 dafür belohnt werde, einen Gegner in der Weinpresse zu zerquetschen, dann will ich das natürlich ausprobieren. Am Ende helfen Trophäen mir so, mehr von einem Spiel zu sehen, mehr für mein Geld zu bekommen. Also ja, vielleicht ist mein Trophäen-Sammeln doch gar nicht so problematisch. Ich habe auch noch nie Schrott-Spiele wie My Name is Mayo gekauft, um künstlich meine Statistiken zu boosten. Ebenso habe ich noch nie auf ein gutes Spiel verzichtet, weil die Achievements zu schwer waren. Und ich habe auch nicht den Anspruch, jede Trophäe ums Verrecken mitzunehmen. Wenn Gran Turismo 7 von mir möchte, dass ich 16 Millionen Credits grinde, um mir drei legendäre Autos zu kaufen, dann ist mir meine Zeit dafür definitiv zu schade. Da spiele ich dann doch lieber God of War Ragnarök. Ich habe schließlich gehört, das soll keine verpassbaren und keine auf die Schwierigkeit bezogenen Trophäen haben. Ich kann also auch ganz entspannt und ohne einen Guide loslegen.